Herzlich willkommen heute. Avatar gehen direkt rein in den Aller, oder? Du hattest recht. Bin in der Anlage, ist aber dicht. Suchen wir den Schlüssel. Elektronische Schlüssel? Schalter alle Generatoren aus. Wenn ich durchsneaken könnte, wäre cool. Oh mein Gott, das ist hier. hier ist weg vor allem der Heli macht mir halt Sorgen aber die kann ich anschießen ok maybe bringen wir das doch hin hier 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 komm hier bloß nicht runter hier 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 er hier hier Guck mal. Da bin ich ja schon wieder am Buu-Dancen. Ja, okay. Das Ding ist jetzt auf. Wie gut, dass ich da nicht runtergegangen bin. Der ist auch noch feindlich. Aber da könnte ich den hier machen. Der ist auch noch feindlich. Der ist auch noch feindlich. Wow, 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 wow. Okay, hau rein, Bulli. Das ist sowas von over, das Ding. Bleib unentdeckt. Ha, 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 ha. Aha, alles gut. Okay, das Ding macht absolut keinen Sinn. Wie viel habe ich? Drei Stück. Die muss ich sehr klug einsetzen, die Dinger. Ja. Hier muss irgendwo da draußen sein. Findet es. Was ist das? Was ist da eine Dude hin? 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 Das geht natürlich auch Was ist da eine Dude hin? Was ist da eine Dude hin? Ja Was ist da eine Dude hin? 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 Oh 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 Ähm... Wie? Dann muss ich aber nach unten. Hier geht's noch lang. Oh nein, rutsch doch. Okay, ups. Naja, muss noch ein Gang sein. Ähm... Okay, erklär mir wie. Erklär mir wie. Oh mein Gott. Ja, ist so gut. Er ist alles gut. Sie haben die Sperre durchbrochen. Kennt ihr alle! Redet der mit noch vorhandenen Leuten oder? Mit keinen. Frage aus... Neugierde. Da drin sind jetzt Safe welche. Der ist mal wirklich entspannt. Oh Gott, Zeitdruck. Ja. 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 Und verriegelt die obere Etage. Okay. Aber ich glaube, das müssen wir das nächste Mal auch nochmal machen. schon mal wieder räumen. Was wird das mal zu tun? Geh mir dann. Geh mir dann noch. Geh mir mich zum Nepal. Geh mir dann noch zu mir. Vergiss mir meine Stellung. Du wirst nicht. Ich hab's was. Oh ja. Ich wechsle meine Position. Okay. Ich brauche ein bisschen Munition von euch. Hier war aber noch irgendwo Munition, Heilung. Alter, das ist so schwierig hier, das. Ähm. Draußen wäre bestimmt auch noch einiges gewesen, ne? Egal. Hier hinten ist noch ein bisschen was. Okay, das ist cool. Warleben brauche ich definitiv. Wo sind meine gelben Dinger? Wann? Wann? Sonst. Okay. Okay. Die Stimme klingt wie... Mercer. Meinst du, er ist dort? Wenn, dann im Kontrollraum. Ich gehe dorthin. Warte. Du... Du weißt nicht, was dich erwartet. Ich passe auf. Stopp! Warte kurz. Er könnte auf dich warten. Du weißt, wozu er fähig ist. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Das wirst du nicht. Alles wird gut. Ich hoffe wirklich. Wir müssen den Bohrturm stoppen. Ich nehme den Schacht. Das erwartet er nicht. Okay? Es gibt kein Zurück mehr. Naja, ob der das jetzt nicht erwartet, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber zumindestens der Überraschungseffekt wäre kurzzeitig da. Das Ding verpackt. Ah ne. Ich bin verpackt. Ich bin verpackt. Natürlich. Komm schon. Also es ist eine Level 16 Mission. Ich bin aber Level 14. Macht Sinn. Okay. Also was Interessantes hier. Außerleben. Alles Fuhl. Alles Fuhl. Wundervoll. Wundervoll. Endlich. Das ist ein Schacht. Er sagte, niemand wird verletzt. Es gab Tote, Daylan. Wir sind doch Familie. Er. Ich wollte doch nur, dass das Kämpfen aufhört. Ist mir egal. Und Mercer kümmert es auch nicht. Du gehörst nicht zu denen. Diesmal krieg ich dich. Überlass das den großen Tälern. Komm schon. Ähm. Ähm. haben, wo der Heck herkommt. Verdammt!